Okay. Ja, Heiko. Ich finde, also gerade jetzt, weißt du, das ist ein sehr sentimentaler Teil. Ich finde, da sollte man so ein bisschen mehr Gefühl reinlegen, weil es soll eine breite Range an Leute auch ansprechen, finde ich, oder? Bin ich ganz bei dir. Ja, ich finde auch so, also, da kann man ruhig auch so ein bisschen variieren und so, ne? Ja. Okay, ich mach das mal, ja? Ja, okay. Ich geb's mal vorsichtig rein, ja? Danke. Okay. Du bist so süß. Danke. Ich werde schossen auf der Rei, Rei, Rei! Die, die, die! Frieden. Das war gut.